Grüß Sie und willkommen zur Tab-Herausforderung in Blue Center 6 am 8.2024 auf der Karte, Schrottplatz, Schwierigkeitsstufe schwer und das sind die Regeln, du darfst nur einen Affen platzieren aus 55.000 Affen Dollar, Stadtgeld, 10 Stadtleben, das ganze Spiel zieht sich in Runde 76 ab, hier kommen sehr viele Keramik-Bloons und die Bloons sind hier wirklich super schnell unterwegs. Okay, los geht's! Ich zeige dir hier zwei Lösungen und beide sind wirklich super einfach. Die erste Lösung geht mir der Nagelfabrik und die platzierst du hier hin, platzier sie so weit nach unten und so weit nach links wie möglich, dann machst du als Verbesserung 2, 0 und 5. So, Zielvorgabe bleibt auf normal und jetzt kannst du dein Spiel laufen lassen, du musst es nicht mal schnell laufen lassen, weil die Bloons hier wirklich super schnell unterwegs sind und die werden halt von unserer Nagelfabrik hier an dieser Stelle zum Platzen gebracht. So, das ist Sieg Nummer 1, ich bekomme hier 90 Affen Dollar und 35 Ostereier. Die zweite Lösung geht mit dem Affenflieger Ass und dieses Ass platzierst du am besten hier oben an dieser Stelle hin, mach als Verbesserung 0, 5 und 0. So, mehr ist nicht notwendig, jetzt musst du dein Spiel laufen lassen und sobald die Fähigkeit hier verfügbar ist, musst du sie wirklich sofort einsetzen. Das muss wirklich sehr schnell geschehen, sonst entwischen dir hier die Bloons und du verlierst. Okay, das ist Sieg Nummer 2. Und damit habe ich wieder genug Ostereier für meine nächste Kiste gesammelt und ich entscheide mich diesmal für das Affendorf. Also, Kiste geht auf und ich bekomme hier eins mit 3, 2, 0 und ein Affendorf mit 0, 4, 2. Wow, das ist wirklich sehr gut. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende gut aus. Bis zum nächsten Mal.